Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Lernvideo von Netzwerb. Diesmal zeigen wir euch die Konjugation des deutschen Verbs überlegen. Schaut und hört euch die Formen genau an und sprecht sie nach. Wir beginnen mit den Stammformen. Überlegt. Überlegte. Hat überlegt. Kommen wir nun zu den einzelnen Zeitformen. Den Beginn macht das Präsenz. Ich überlege. Du überlegst. Er überlegt. Wir überlegen. Er überlegt. Sie überlegen. Weiter geht's mit dem Präteritum. Ich überlegte. Du überlegtest. Er überlegte. Wir überlegten. Er überlegtet. Sie überlegten. Ihr könnt übrigens auch die Links in der Videobeschreibung nutzen. So könnt ihr schnell zu den gewünschten Formen springen. Wir machen weiter mit dem Perfekt. Ich habe überlegt. Du hast überlegt. Er hat überlegt. Wir haben überlegt. Wir haben überlegt. Ihr habt überlegt. Sie haben überlegt. Kommen wir als nächstes zum Konjunktiv 1. Ich überlege. Du überlegt. Du überlegst. Er überlege. Wir überlegen. Er überlegt. Sie überlegen. Nun folgt der Konjunktiv 2. Ich überlegte. Du überlegt. Du überlegtest. Er überlegte. Wir überlegten. Er überlegtet. Sie überlegten. Den Schluss macht der Imperativ. Überlege du. Überlegen wir. Überlegt ihr. Überlegen sie. Das war unser kleines Lernvideo zum Verb überlegen. Hat es euch gefallen? Dann gebt uns einen Daumen nach oben. Vielen Dank fürs Schauen und bis bald. Dann gebt uns einen Daumen nach oben. 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 Vielen Dank.